Whoa! Alright, it looks like these guys are up to no good. Man, Marco! Was? Wenn ich sage, it looks like they're up to no good, dann schwenk vielleicht auch mal rüber. Mega unprofessionell. Ach, das sind Leute, die einfach nur Kaffee trinken. Ja, das ist zwecklos hier. Echt einfach nur zwecklos. Mal das Ding aus.